Einige nutzen sie intensiv, andere weniger. Die Technikausleihe der HTW-Kur. Wir wollten wissen, was es nebst diversen Stativen, Flip, Spiegelreflex und Videokameras sonst noch zu entdecken gibt. Unser zweiter Fund, der VfB Junior Dolly. Was wir dazu brauchen? Den Dolly mit den dazugehörigen Skaterrollen, eine Kamera, ein Stativ und die Schienen. Um mit dem Dolly arbeiten zu können, müssen wir zuerst die Skaterrollen montieren. Dazu benötigen wir den beiliegenden Imbusschlüssel. Jetzt können wir die Schienen aufbauen und mit dem Dreh beginnen. Sie lassen sich einfach zusammenstecken. Eine Strecke von bis zu 10 Metern ist mit den vorhandenen Schienen möglich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.